Servus und herzlich willkommen zurück zur Welt der Forschschips. Ein neues Replay. Diesmal in der Scharnhorst, dem Schwesterschiff der Kneisener aus dem Forschungsbaum. Und wir haben hier mal wieder ein Premium Schiff, welches tatsächlich ziemlich interessant ist oder anders gesagt sehr gut durchdacht ist. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Weil wir haben hier tatsächlich eine Erweiterung sozusagen. Die Kneisener hat ja Zwillingstürme mit 380 Millimeter, also auch wie die Bismarck. Und hier haben wir noch die Originalbewaffnung, weil die 380er auf der Scharnhorst-Klasse oder Kneisener-Klasse, ich weiß gar nicht was da korrekt ist, war ja nur geplant. Die ist ja in der Realität niemals durchgeführt worden. Und hier haben wir noch die Originalgeschütze, nämlich die 283 Millimeter Geschütze. Dadurch sind wir hier auf T7 ein bisschen unterbewaffnet. Aber das Kaliber täuscht so ein bisschen, weil wir haben eine sehr gute Möglichkeit Kreuzer zu bestrafen. Wir machen nicht so viele Overpens. Und gerade wenn man die Kneisener mit der Scharnhorst vergleicht, werdet ihr einen Unterschied sehen bei der DPM, bei der AP-DPM. Wir haben auf der Scharnhorst eine wesentlich bessere AP-DPM. Auch die HE-DPM ist besser, aber insgesamt für T7 sind wir bei der AP-DPM eher Mittelfeld und bei der HE-DPM eher unteres Mittelfeld. Weiterer Unterschied ist, wir haben hier ein 2.0 Sigma, dafür die gleiche Streuung. Die Kneisener hat nur ein 1.8 Sigma. Und ja, das merkt man schon. Auch dadurch, dass wir mehr Granaten abschießen, finde ich persönlich die Scharnhorst ein bisschen angenehmer zu spielen. Mein Plan war jetzt hier, versuchen irgendwie Kreuzfeier aufzubauen. Ja, ich schieße das hier auf die Kneisener, ist nicht das ideale Ziel. Nürnberg oder New Orleans wären besser gewesen. Aber hier 5-7. Was wir allerdings haben, und ich glaube, das werden wir auch hier in dem Match sehen, wir haben arke Probleme, bei Schlachtschiffen in die Zitadelle reinzukommen. Gerade auf Range. Wir haben halt nicht den besten AP-Pen. Da ist uns die Kneisener ein paar Meter weiter vor. Ja, leider rutscht ich jetzt hier in die Insel. Ein bisschen schlecht gespielt. Auch hier, was das hier wird auf der Karte. Die andere Scharnhorst und die Indra. Warum die da so tief reinfahren? Also klar kann man machen als Scharnhorst. Versuchen mit dieser Insel zu spielen und zu drehen. Aber spätestens, wenn er das hier gesehen hätte, hätte er schon vorher drehen müssen, weil das überlebt man nicht. Zum Thema Secondary. Die Secondary ist ein bisschen anders bei den beiden Schiffen. Also Kneisener und Scharnhorst. Wir haben bei der Kneisener ja nur 128 Millimeter Geschütze, wenn ich mich recht erinnere. Und hier haben wir die, ja, diese deutsche Standardbewaffnung, also 150er und 105er. Und dadurch ist die, ja, also vom Schaden her, auf dem Papier ist die Secondary gleich. Aber wir haben einen besseren Pen auf der Scharnhorst bei der Secondary Geschützen. Und, ja, ich, ja, man kann es auf Secondary skillen, die, das Schiff, ich habe so lange auf Secondary gefahren. Das Problem ist halt, ihr werdet als T7 Schlachtschiff halt auch gegen Neuner gematcht. Hier, die New Minis ist raus. Das meine ich, wir haben sehr wenig Overpins gemacht und für den Kreuzer reicht halt auch der Pen, um in die Zitadelle reinzukommen. Ihr seht jetzt auch schon, dass ich hier einen Doppelbrand hatte in der Mitte. Das heißt, ich habe keinen Brandschutz geskillt. Das liegt daran, ich habe den falschen Kapitän hier draufgezogen. Keine Ahnung warum. Bitte skilt Brandschutz. Das ist wirklich, also wenn ihr ein Überlebensbild auf der Scharnhorst fahrt, was in dem Punkt, denke ich, besser ist, wenn ihr Load hier seid, ähm, dann braucht ihr auf jeden Fall den Brandschutz. Wenn ihr auf Secondary skillen wollt, bitte skilt dann natürlich auch Brandschutz. Aber dann seid ihr, oder ihr habt zumindest mehr Spaß, wenn ihr Top-Tier seid. Wir haben hier auch Gerä, ein ganz gutes Matchmaking, Tier 7 bis Tier 5. Das heißt, hier würde sich eine Secondary skillung wirklich Sinn machen. Wie gesagt, ist leider der falsche Kapitän. Ich weiß gar nicht, welcher Kapitän das ist, der hier drauf ist. Ich habe hier auch irgendwie vorrangig geskillt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, es ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Hier, die Schiffe an der Insel sind gestorben. Auch die, äh, andere Scharnhorst ist ein bisschen ungünstig, dass wir hier ein Tier 7-Beschlachtschiff schon verloren haben, ohne, dass wir einen der rausbekommen haben. Hier Däfflinger fährt er rückwärts, so wie es aussieht. Ja, und die Frage ist jetzt, was machen wir? Das Problem auf der Karte ist natürlich immer hier diese, diese Inselkette, wo man sich gerne dahinter versteckt, was gerade, ja, nicht der Sinn vom Schlachtschiff ist. Die Karte ist tatsächlich ein bisschen angenehmer, hier von der Seite zu spielen und hier kommt Torpedos, aber Glück muss der Mensch haben und sie laufen aus. Ja. Das waren hier die Torpedos von der Asturias. Hm, ja, ist jetzt wirklich die Frage, was wir machen, das Gute ist, die andere Seite gewinnt bei uns. Und ja, ihr seht jetzt hier, wir kommen hier nicht in die Zitadelle von der Duke of York rein. Äh, ich muss mega aufpassen auf die, auf die Duke. Die ist zwar nicht gut gepanzert, aber er hat halt eine sehr gute HI-DPM und, ja, dadurch, dass ich keinen Brandschutz geskillt habe, könnte der potenziell ziemlich eklig werden. Das Gute ist, die Nürnberg, die hier reinpusht, sollte da eigentlich sterben. Weil hier die, das ist eine Divi. Die sollten die rauskriegen. Wir versuchen hier wieder Kreuzfeuer zu haben. Ja, wichtig ist, dass die Duke of York rausgeht oder natürlich hier auch die Asturias wäre so ein Ziel, auf die wir uns fokussieren sollten. Gäre, ich habe es ja vorhin gesagt, T7 wird gegen Tier 9 gematcht. Und das ist tatsächlich ein arges Problem für viele T7 Schiffe, auch für viele T7 Schachtschiffe. Gerade auch, wenn ihr da mal in den Premium-Bereich reinschaut, eine Nelson oder eine Florida zum Beispiel, die haben halt überhaupt keinen Spaß gegen Tier 9. Weil die haben halt eine sehr schwache Bugpanzerung. Also generell sind sie sehr schwach gepanzert, aber vor allem die Bugpanzerung ist ja relevant. Die kann von T9 Schlachtschiffen overmatched werden. Und das haben wir tatsächlich als Schadenhost nicht so. Wir haben, klar, wir kriegen im T9 Match mega viel Schaden durch die T9 BBs, aber wir können nicht wirklich overmatched werden. Das heißt, wir können tatsächlich in diesem, in so einem Matchmaking relativ gut bestehen, wenn wir die Schadenhost ein bisschen vorsiegiger fahren, ein bisschen defensiver fahren oder anders gesagt, so ein bisschen wie so ein Kreuzer fahren, wie so ein Schlachtkreuzer. Und das ist tatsächlich sehr angenehm. Also wenn ihr ein Premium-Schiff sucht auf T7, womit ihr auch nicht so abhängig vom Matchmaking seid, dann ist tatsächlich die Schadenhost ein, ja ein guter Pick. Einfach wegen der Panzerung kann sie da ganz gut bestehen. Das Problem ist, ihr werdet halt relativ viel Highland schießen müssen. Ja, ich bin jetzt hier leider im Fokus und vor allem die Lasu, die hier ihren Reichweitenflieger raus hat, die nervt das so ein bisschen. Und hier auch gegen diese drei Schiffe, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so lange tanken. Wäre schön gewesen, jetzt hier den Kreuzer Breiter zu bekommen. Ja, ist halt die Frage, auf was wir schießen. Ist beides nicht ideal. Aber ich schieße lieber mal auf den T6er. Und wir ziehen uns hier wieder zurück. Gucken, dass wir hier vielleicht diese Insel als Drehung nehmen können. Wir müssen auch aufpassen, hier oben fährt die Duke of York lang. Gerade wenn die auf uns schießt, haben wir ein arges Problem. Weil dann werden wir hier relativ schnell rausgebrannt. Ja, ich hätte jetzt hier High geladen. Weil, ja. Weil ich komme ja eh nicht in die Zitadelle von der... Oh, er hat sein Brand gelöscht. Das ist tatsächlich sehr gut. Ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass der hier von einem der anderen nochmal angezündet wird. Ja, New Mexico Breitseite. Wir sehen jetzt hier wieder, dass hier nicht viel passieren wird. Wir kommen halt selbst beim T6 BB, kommen wir nicht in die Zitadelle rein, bei so einer Entfernung. Das müsst ihr tatsächlich auch einfach, ja, akzeptieren, sag ich mal. Ähm, zielt ein bisschen höher. Also ist klar, dass ich High geladen. Das heißt, ich ziehe jetzt wie so in die Aufbauten rein. Aber zielt dann, wenn ihr AP geladen habt, bei Schlachtschiffen, gerade bei so Schlachtschiffen, äh, deutsche Schlachtschiffen, russische Schlachtschiffen, auch bei den Amerikanern. Zielt auf den oberen Panzerungsgürtel. Weil ihr wollt dann nicht in die Zitadelle rein gehen, sondern ihr wollt dann auf die Pants gehen. Ja. New Mexico brennt wieder. Und wir werden jetzt hier einfach mal drehen. Wir können gleich wieder High. Und gucken mal, dass wir jetzt hier mit auf die Duke of York gleich schießen. Weil das, wenn der rausgeht, dann ist unser, unser Basis safe, denke ich. Obwohl, kann sein, dass wir es gar nicht machen müssen, weil hier die beiden können sich rampen. Das wäre tatsächlich ziemlich gut für uns. Wir verlieren Tier 5er. Die Gegner verlieren Tier 7er. Und vor allem, wir haben halt von hier oben dann keine Gefahr mehr. Ihr seht halt diesen Knubbel jetzt hier unten beim Gegner. Und unsere Leute pushen jetzt hier rein. Und die Gefahr in so einer Situation besteht halt immer, dass unsere Leute sich dann halt abfarmen lassen. Ihr seht auch hier, die Anshan ist sehr aggressiv. Die will dann in die Basis reinfahren. Ja, kann man machen. Ist halt aber sehr risikobehaftet. Unsere Kirov war fast tot. Und die haben sich nicht gerammen. Das ist tatsächlich nicht mega schlecht. Ja, keine Ahnung warum. Irgendwie ein Drive-By versucht. Egal, ich helfe jetzt hier mit auf die Duke of York und dann drehe ich wieder rein. Das Problem ist, ich habe nur noch eine Heilung. Und hier seht ihr zum Beispiel auch in dem Match. Wir sind hier gar nicht so sehr in den Nahkampf gegangen. Zum einen, wir konnten die nicht so wirklich in den Nahkampf gehen. Weil hier einfach zu viele Schiffe standen. Der Vorteil wäre hier gewesen bei einer Secondary Skillung. Wir hätten hier vielleicht ein bisschen rein reversen können. Und vor allem, wenn ich Brandschutz geskillt hätte, wäre das hier wesentlich angenehmer gewesen wahrscheinlich. Das Gute ist, die traden sich trotzdem. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt hier reinfahren. Und gucken auch hier wieder, dass wir irgendwie Kreuzfeuer aufbauen. Dann wird uns nicht so wirklich gelingen, weil ihr seht, die Kiten hier raus. Die Kiten jetzt hier in die Ecke rein. Das Ding ist, die Kneisenau fährt jetzt hier hoch. Und das ist tatsächlich ziemlich schlecht für uns, weil der steht uns hier gleich in der Breitseite. Mal gucken. Ich mag das hier tatsächlich auch einen Fehler. Ich denke, es wäre sinnvoller gewesen, jetzt hier rumzufahren um die Insel und zu versuchen, die Kneisenau abzufangen. Weil ich kann gleich nicht mehr auf die schießen. Oder zu versuchen, halt hier die New Mexico rauszubrennen. Klar, er steht da angewinkelt. Er steht im Kite. Aber wir haben ja ein paar E-Granaten. Aber ich bin hier so ein bisschen fokussiert auf die Kneisenau. Vor allem, weil er mir halt in der Breitseite steht. Aber eigentlich sieht das hier relativ gut aus von den Schiffen. Es ist jetzt ausgeglichen. Und wenn jetzt hier unsere Leute mich eingeschlossen nicht irgendwo reinnehmen, dann sollten wir das eigentlich gewinnen. Ja, Asturias wäre hier nochmal so ein schönes Ziel. Aber ihr seht das, ich fahre jetzt hier gleich in so ein Kreuzfeuer rein. Entweder müsste ich jetzt hier stehen bleiben. Oder, ja, oder ist die große Frage. Oder jetzt hier drehen und mich dann den Kite stellen. Das Problem ist, wir kriegen hier diese Low-Tische, finde ich, raus. Und die Asturias hat halt noch so viel HP. Unsere Kneisenau sieht aber auch noch sehr gut aus, was die HP angeht. Wir machen hier keinen Schaden mit der HP. Zum einen schlecht getroffen, klar. Aber ich sollte hier langsam mal auf HE laden. Da kriegen wir dann Doppelband. Das ist natürlich sehr eklig. Ja, und ich entscheide mich jetzt dafür, hier einen Turn zu machen. Ja, keine Chance. Das Gute ist dadurch, dass wir jetzt hier vorrangiges Ziel geskillt haben, ist, wir sehen, wie viele Leute auf uns schießen. Das sind momentan... Okay, jetzt sind es alle drei Schlachtschiffe, die noch da sind. Wir haben ja auch die japanischen Flachkreuzer, haben natürlich auch Tapelos. Warum auch nicht? Okay, das war jetzt mega, mega glücklich, dass der uns nicht getroffen hat. Ja, okay, wir können hier rausdrehen und sind dann gegen die Kneisenau angewinkelt. Wir können auch gleich hier wieder ein bisschen gegen die anderen anwinkeln. Aber die Kneisenau ist jetzt hier kein Problem mehr für uns. Ähm, ja, wir haben hier sechs Kilometer Torpedos, sind lange Zeit die deutschen Standard-Torpedos gewesen. Die werdet ihr auf so vielen Schiffen finden, seien es die Kreuzer oder auch ähm, die Türperts hat genau die gleichen Torpedos und nur mit den deutschen Schlacht-Kreuzern sind irgendwann mal bessere Torpedos eingeführt worden. Und das ist tatsächlich leider so das Ding. Die Frage ist, ob die Schadenhaus halt noch wirklich so Sinn macht, gerade im Punkt, wenn ihr euch die holen wollt. Ihr habt ja jetzt aus dem Forschungsbaum die Prinz Heinrich. Die hat ein ähnliches Kaliber, die hat bessere Torpedos, die hat noch Hydro dabei. Ihr habt dazu noch die Kneisenau im Forschungsbaum. Die hat die gleichen Torpedos, hat halt nur ein anderes Kaliber. Und da habt ihr eigentlich, ja, beides. Ihr habt einmal einen Schlacht-Kreuzer mit der Heinrich im Forschungsbaum und die Kneisenau als Schlachtschiff. Ja, ist halt die Frage, wie viel Sinn dann die, die Schadenhaus noch macht. Das könnt natürlich nur ihr selbst entscheiden, weil die Schadenhaus ist im Prinzip nichts anderes als eine Mischung aus einer Heinrich und aus einer Kneisenau. Um das mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Also so ganz grob. Also gibt's schon Unterschiede. Und ja, ich finde tatsächlich, sie macht noch viel Sinn. Ich finde, sie ist eins der besten T7-Premiumschiffe, die wir euch holen können. Wir überleben hier mit 79 AP. Das Gute ist, das Cap ist gleich durch und wir gewinnen dann die Runde. Also wir hätten die Runde eh gewonnen, weil die das nicht mehr sind. Ja, wir sind in der Endnauswertung insgesamt 143.000 Schaden gemacht. Wir haben die Track noch bekommen. Sehr schön. Ja, ähm, Scoreboard. Wir haben es auf Blitz 1 geschafft. Anscheinend hat auch sehr gut gespielt. Gay Ray, die ganze, was war das, die linke Flanke, hat sehr gut durchgepusht. Ist ein bisschen schade, dass wir da am Anfang so lange im Kite stehen mussten. Aber ihr habt jetzt vielleicht hier auch gesehen, wie wichtig Kreuzfeier war. Weil dadurch, dass ich in der Mitte stand, konnte der Gegner nicht da einfach durchfahren. Klar, wir sind jetzt nicht wie Schlachtschiffe so die große Kreuzfeier gefahren. Dadurch, dass wir halt keine Zitulänen schießen, hatte ich das auch schon mehrmals gesagt. Das Gute daran ist, dass man tatsächlich, also viele Leute ignorieren eine Schadenost in der Breitseite, weil halt keine Zitulänen rumkommen. Aber dadurch, dass ihr halt auch alle 20 Sekunden schießt, ihr habt einen relativ guten Reload auf der Schadenost, macht hier tatsächlich sehr viel Schaden über Zeit. Ihr seid halt wirklich so eine Mischung aus Kreuzer und Schlachtschiff, was das Liebe angeht. Aber ihr habt die Schlachtschiffpanzerung. Und das ist tatsächlich auch genau der Grund, warum ich noch drüber nachdenken würde, mir eine Schadenost zu holen, weil ihr halt nicht diese weiche Panzerung habt, wie bei einer Prinz Heinrich zum Beispiel. Ihr habt einen Kneisenau-Rumpf und wenn euch die Kneisenau Spaß gemacht hat und ihr mit der zurechtkommt, dann ist die Schadenost tatsächlich wirklich ein Pick, weil sie sich auch anders spielt. Es gibt noch so ein paar kleine andere Unterschiede, die ich jetzt nicht groß erwähnt habe. Das ist zum einen die Geschwindigkeit. Die Kneisenau ist ein bisschen schneller auf Papier. Sie hat glaube ich 32 Knoten und ihr habt hier 30 Knoten. Das ist tatsächlich auch sehr gut. als T7 BB, dass ihr halt noch Geschwindigkeit habt. Ihr seid halt nicht wie eine Colorado, die dann irgendwo einfach abgefarmt werdet. Gerade in puncto, wenn ihr Low-Tier seid. Das ist noch sehr angenehm. Und auch die Flugabwehr ist, meine ich, ein bisschen anders. Aber ansonsten sind die Schiffe halt relativ identisch. Und ihr habt halt Panzerung. Und das ist halt wirklich angenehm. Gehen wir nochmal in den Bericht rein. Aber hier gibt es glaube ich nicht so viel zu sagen. Wir haben quasi so auf alles geschossen, was wir beschießen konnten. New Orleans war natürlich sehr lucky. Gerade Kreuzer sollten euch respektieren, wenn ihr den in der Breitseite steht. Aber ihr habt halt auch gesehen, wir kommen weder in die Zitadelle von der New Mexico rein, noch von der Duke of York. Zumindest nicht auf der Entfernung, wo wir standen. Ja, aber wir machen halt schon Schaden. Das seht ihr hier auch von der AP-Granaten. Haben wir 25.000 Schaden gemacht bei der New Mexico, obwohl wir keine Zitadelle geschossen haben. Und auch hier die HE, 14.000 plus nochmal 7.000, passt 8.000 Schaden durch die Brände. Das ist halt auch sehr schön. Ihr müsst halt wirklich lernen, wann ihr welche Munition schießt. Gerade wenn sich jetzt irgendwas anwinkelt, ihr werdet HE schießen müssen. Aber ich hab's jetzt auch im Meeren schon gesagt. HE. Ich weiß, HE wird immer ein bisschen verpönt auf Schlachtschiffen. Außer man spielt einen Briten. Dann wird halt nur noch HE geschossen, was genauso blödsinnig ist. Aber mit HE macht ihr tatsächlich auf sehr sicheren Schaden. Und damit gewinnt ihr über ein paar Ecken halt die Runden, indem ihr halt Schiffe rausnimmt. Und ja. Also nutzt bitte die HE-Granaten. Der Flinger war irgendwie sehr witzig, dass ich den nicht getroffen habe. Ja. Ich glaub, die erste Salve hatte ich verämt, weil ich nicht gesehen hab, dass der rückwärts fährt und keine Ahnung, was mit der zweiten Salve war. Sehr unglücklich. Insgesamt 2,5 Millionen Schaden getankt. Ist sehr gut. Sehr dumm von mir, dass ich den Kapitän drauf hab. Ich blende euch jetzt am Ende den Kapitän ein, wie ich die Schadenost sehr lange gespielt hab. Also auf Secondary. Der Grund, warum ich die Schadenost auf Secondary geskillt habe, ist, weil ich die Kneisenau nicht auf Secondary geskillt habe. Und so hatte ich halt beides. Ich blende euch einfach mal beide Kapitäne ein, wie ich sie skillen würde. Zum einen, wie ich die Schadenost auf Secondary geskillt hab und die Kneisenau halt auf Überleben. Gut. Damit soll's aber auch gewesen sein. Wir hören uns dann, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Bis denn. Ciao.